Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe eine lustige Mail bekommen, vorgestern glaube ich, oder gestern, bin mir gar nicht sicher, von linkeraktivismus-at-post-theo.de Wir werden euch von YouTube und Twitch striken. Hi ihr Nazis, schöne Grüße von Dave und Pia, Klammer auf Shurioka, Klammer zu. Wir werden euch rechten Abschaum von YouTube und Twitch vertreiben. Wir machen das genauso, wie wir das mit dem Arschloch KuchenTV gemacht haben. Zur Zeit, dass ihr euch in eure Rattenlöcher verkriecht, aus denen ihr gekommen seid. Und das Angerverse-Discord werden wir auch vernichten. Groß an Schlomo, den Alki und gescheiterten Musiker. Da freuen die sich auch immer wieder drüber, das zu erwähnen. Dave freut sich schon darauf, dass wir euch fertig machen. 161, was für antifaschistische Aktion steht. Ja, ich habe das gestern irgendwie für bare Münze genommen, ein Screenshot gepostet. Weil ich hatte schon mal so eine E-Mail bekommen. Und dachte, das ist doch derselbe Idiot, Alter. Und dachte, vielleicht steckt da wirklich Dave hinter mit einer seiner Freunde. Also Dave, wer ist Dave? Dave, links der Mitte. Hat auch einen YouTube-Kanal und einen Twitch, glaube ich auch. Der YouTube-Kanal wurde seit sechs Monaten oder sowas nicht mehr bespielt. Ist halt so ein typischer linker Lobotomierter. Ein Typ, der ist irre. Ich meine das gar nicht böse. Hat bei Trump auch gesagt, dass es cool gewesen wäre, wenn er gestorben wäre. Ja, also so einer. Und hab mir dann noch mal alte E-Mail angeguckt, die ich im Februar bekommen hatte. Da hab ich uns auch auf Twitter gepostet. Ich werd jetzt hier nicht einblenden oder so. Ist halt genauso dämlich. Und da dachte ich, scheiße, Mann. Ich werd ja wahrscheinlich getrollt. Ich hab die übrigens zurückgeschrieben. Ey, bitte nicht und so. Können wir nicht irgendwie reden? Ich komm dir auch entgegen und so. Vielleicht hört der Idiot ja nicht zu. Und ich krieg eine Antwort. Bin gespannt, was er fordert. Ich werd euch auf dem Laufenden halten. Ja, das ist die Geschichte, mit der ich eigentlich anfangen wollte. Bis ich dann zu 5 gekommen bin und mir dachte, eigentlich Quatsch. Und dann haben wir es doch gemacht. Tja, und dann wieder zu Unvernunft gekommen bist. Gut, jetzt reden wir über die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Ich hab hier erstmal einen kleinen Pressespiegel. In dem Fokus lesen wir etwa, die Presse ist verzückt von der Olympiaeröffnung. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt, Frankreich feiert grandioses Fest für den Sport. Und die Welt schreibt, nur der Dauerregen trübt die epische Eröffnungsfeier. Also, durchweg positiv. In den sozialen Medien sieht's komplett anders aus. Da gibt's quasi unisono Kritik. Und Kritik ist noch sehr milde formuliert. Denn im mindesten Teile dieser Eröffnungsfeier waren gewissermaßen verstörend. Wir sehen hier etwa vielleicht noch, was am besten zu erklären ist. Diesen komischen Metal-Song, der gesungen wurde vor 30, 35 enthaupteten Marie Antoinette. Ja, das selber schon mal ist ein relativ groteskes Schauspiel. Und hier sehen wir, wie am Ende dann noch irgendwelche Blutfontänen da rote Flüssigkeit oder rote Papierdinger abgeben. Ja, das Ganze war quasi eine Art Feier der Gewaltorgien der französischen Revolution. Und vielleicht auch eine gewisse Parallele zu heute sollte da gezogen werden von den Machern. Allerdings, wie gesagt, da kann man noch zu sagen, das war halt in Paris. Das war übrigens tatsächlich das Gebäude, in dem Marie Antoinette gefangen gehalten wurde, bevor sie umgebracht wurde. Und ja, vielleicht haben wir es hier zu tun mit einem recht makaberen Versuch, den Leuten französische Geschichte näher zu bringen. Allerdings war die Eröffnungsfeier auch, wie wir auf Wikipedia lesen können, inklusiv und repräsentativ für Frankreich. Thomas Jolie oder so, ein Franzose, der es gemacht hat, sagte dazu, Above all, I want the ceremony to include everyone. We must celebrate this diversity. Tja, das heißt natürlich, dass es ganze schwuler als eine türkische Dampfsauna war. Hier mal einfach Bilder von irgendeiner Rumbacherei von irgendwelchen schwulen Leuten, wie sie da zuhauf zu sehen waren. Eins von vielen, vielen Beispielen. Hier sehen wir gleich noch eine bärtige Frau, die, ja, sexuell aufgeladen am Rumtanzen ist. Allerdings ist man ja inzwischen an sowas seitens der Allgemeinheit borderline schon gewohnt. Auch wenn es traurig ist, das zu sagen. Deshalb haben sie sich auch noch was Besonderes ausgedacht. Wahrscheinlich das Highlight der Degeneration auf dieser Eröffnungsfeier. Es gab eine Drag-Queen-Nachstellung vom letzten Abendmahl aus der Bibel. Mit Kindern dabei, übrigens. Wir sehen hier gerade irgendeine Fette. Ich glaube, die ist keine Drag-Queen. Die ist eine tatsächliche Frau und spielt als Jesus. Sie ist eine Lesbe, die heißt irgendwas Butch. Nicht Veronique, aber irgendeinen Namen halt Veronique Butch oder so ähnlich. Genau, die hat da den Jesus gegeben mit so einer komischen Hostienkrone und so. Es war halt eine große Verarschung vom Christentum. Und zu essen gab es bei diesem Abendmahl einen blau angemalten, fast nackten Mann, dessen Höschen dann ebenfalls blau angemalt war. Also der sollte quasi als nackt präsentiert werden, allerdings noch fernsehgerecht. Der auf einem großen Teller reingetragen wurde, wo dann die Glocke von gelüftet wurde und dann war er da halt mit einem Haufen Obst und so zu sehen. Also auch wieder so ein gewisser Kannibalismus. Das hat mich alles abgeholt, ja. Das war, jetzt mal ohne Scheiß, wer fühlt sich von dieser ganzen Freakshow abgeholt? Geisteskranke. Fühlt sich Georgine Kellermann von dieser Freakshow abgeholt? Ja. Ja. Okay. Ich glaube, das ist für sie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Ich glaube, das ist für sie, also sie in Anführungszeichen, noch dürfen wir es ja. Ich glaube, das ist für ihn so ziemlich das Schönste, was irgendwie passieren kann. Ja, ich will darauf hinweisen, dass wir hier wieder so eine Art Kannibalismusanspielung haben. Diese Paarung hatten wir auch schon häufiger, diese antichristliche Symbolik und dann irgendwas in die Richtung von Kannibalismus. Und er hat da einen Song namens Nackt performt. Also das französische Wort für nackt war der Name von diesem Song. Die Kinder, die da rumstanden mit den Drag Queens, haben dann begonnen, oder besser gesagt andersrum, die Drag Queens haben dann begonnen, ja, augenscheinlich sexuell aufgeladen mit diesen Kindern zu tanzen, während dieser Song gespielt wurde. Wir sehen das hier gerade, also die Erwachsenen mit den kleinen Kindern. Und als wäre das noch nicht genug, hingen einer der tanzenden Drag Queens dabei direkt neben den Kindern die A** raus. Das ist kein Witz. Der hing die A** raus. Der Typ hatte seine f***ing Kuden entblößt vor den kleinen Kindern. Die Medien sprechen natürlich von einem Patzer. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht mehr. Also ehrlich gesagt sage ich, das ist Absicht. Am Ende wollte man sich dann draus reden. Aber es ging bei dieser Performance im Kern darum, P***filet zu normalisieren. Das war der Sinn dahinter. Deswegen haben die das gemacht. Tja, die Bild hat das dann wie folgt kommentiert. Es ist für mich absolut utopisch, dass Linke Axel Springer als einen Feind einstufen. Wenn es nicht darum geht, dass sie mal den einen oder anderen Migrantenmord melden, dann ist die Bild eigentlich eine hochgradig progressive Zeitung. Sie schreiben hierzu, eine bunte Party, für manche offenbar zu bunt. Die deutliche Mehrheit dagegen feierte Jolis Idee von dem bunten Abendmahl. Was? Gemäß welcher Umfrage? Also worauf stützt man sich dann? Ich denke so auf die Meinung in der Redaktionsstube. Ja, wahrscheinlich. Tja, wegen der Szene, die wir gerade bearbeitet haben, hat C Spire, das ist der sechstgrößte Mobilfunkanbieter der USA, sein Sponsoring aufgekündigt. Die werden jetzt keine Werbung mehr schalten. Die haben dazu gesagt, sie unterstützen zwar die Athleten, wir werden uns jedoch nicht an der beleidigenden und inakzeptablen Verspottung des Abendmahls beteiligen, weshalb wir unsere Werbung von den Olympischen Spielen zurückziehen. Tja, und auch Traukheimen Promi zu ärgern war natürlich wieder eine Priorität, wie sich das allgemein so eingebürgert hat auf Veranstaltungen dieser Art. So ließ man etwa einen Reiter auf einem silbernden Roboterpferd über die Sen gleiten, um am Ende der Veranstaltung dann noch das Ganze abzuschließen mit einem Reiter vor Engelsflügeln auf einem fahlen Pferd. Also eigentlich eine relativ klare Anspielung auf die Bibel, vor allem in diesem Gesamtkontext, mit vor allem noch dieser Verspottung des Abendmahls und so. In der Offenbarung heißt es, und ich sah und siehe ein fahlenes Pferd, und der darauf saß, dessen Name war tot, und die Hölle folgte ihm nach. Also du kannst mir nicht erzählen, dass die darauf nicht anspielen wollten, im Kontext, dass man sich sowieso schon über die Christen lustig macht. Tja, mein Lieblingstake zu dieser bösartigen Clowns-Show kommt vom guten Armin Petschner-Multari. Hast du den mitbekommen? Äh, ja, der hat da irgendwie versucht, den Fansitter zu spielen. Ja? Ja, naja. Wenn du den Fansitter noch spielst, wenn irgendwelche Dragqueens kleinen Kindern ihre A** in die Fresse halten, wann hörst du dann auf, ihn zu spielen? Also, wenn die das mit deinen machen? Ich muss wissen schon, wo diese Eier gehörten zu einem Girl-Dick, also ist das nicht ganz so schlimm. Tja, er hat jetzt so geschrieben, man muss die teilweise linkslastige Inszenierung nicht gut finden, sie ist aber auch ein Mittelfinger an die Autokratien und Theokratien der Welt. Wir zenebrieren die Werte der freien Welt, ein selbstbestimmtes Europa. Tja, lieber Armin Petschner-Multari, das ist übrigens der Typ, der The Republic geleitet hat oder noch leitet, ich glaube, die gibt es noch, oder? Auch wenn man da nichts davon hört. Naja, die Webseite gibt es, pass auf, das ist doch direkt eine gute Gelegenheit, da mal nachzunehmen. Ich reiche gleich nach, wann da der letzte Beitrag war. Die Seite gibt es auf jeden Fall noch, aber ... Das war so ein Projekt ... Wurde nichts mehr gepostet. So ein Projekt, im Rahmen dessen die CDU mal so eine Art Parteizeitung auf junge Freiheitlinie rausbringen wollte und darin verkaufen wollte, dass Merz der Heilsbringer wird, der hier die konservative Revolution lostreten wird und die CDU entkacken wird. Er ist quasi die rechte Hand von Merz oder auf jeden Fall ein großer Merz-Fan. Er war übrigens auch dieser blondierte Typ in diesem CSU-Video, als die versucht haben, da so einen auf Reso zu machen. Tja, und wir stellen uns jetzt hier vor die Wahl. Entweder Theokratien und Autokratien, also Putin und Achmed, oder das Kumpel. Wenn du ... Also, ich glaube, du wärst bitter enttäuscht, wenn du hören würdest, was die Mehrheit der Leute sagen würde, wenn sie wirklich diese Wahl haben. Wenn wirklich die beiden Auswahlmöglichkeiten sind, Achmed oder Putin oder Dragqueen-Eier in die Fresse ihrer Kinder. Dann gewinnen Achmed und Putin, mein lieber Freund. Ja, sehe ich ähnlich übrigens letzter Beitrag auf der Website. Also, ich hab jetzt hier mal auf der Startseite die angezeigten drei Artikel angeklickt, alles aus dem letzten Jahr. Ah ja, okay. Also, da passierte Ding ist, ich meine, die haben damals Spenden deutlich über 250.000 Euro gesammelt und ja, konnten dann was? Für anderthalb Jahre eine Website am Laufen halten, wo es ab und zu mal irgendwelche Newsartikel gab, die sich über drei, vier Seiten erstrecken und dann war's das. Das sollte die konservative Revolution in der CDU einleuten oder mit der CDU einleuten. Ja, vor allem, das ist dann der Typ, der es machen will, also, was ist denn das für eine Einstellung? Wer einen so eine kranke Scheiße sieht und dann sagt, ja, aber immerhin ärgert sich Putin darüber. Hä? Da sieht man halt auch, wie absurd so ein Weltbild wird, wenn sie ausgerichtet ist an, oh, das da ist der Teufel und wenn der irgendwas schlecht findet, dann ist das doch schon mal gut daran. Tja, die Tennisspielerin Serena Williams, übrigens auch eine woke Ikone, war auch mit am Start und das wird jetzt ein ganz lustiger Schlusspunkt noch werden. Nichts, was sonst wie schlimm wäre, sondern einfach nur lustig. Diese Frau ist international bekannt geworden vor ein paar Jahren, als sie sich vom Schiedsrichter unfair behandelt gefühlt hat und dann komplett den Affen gemacht hat. Also, da rumgebrüllt hat, den Schläger kaputtgeschlagen hat und so. Als dann sich natürlich drüber lustig gemacht wurde, dass sie da so ausgerastet ist, hat sie das Ganze geschoben auf Sexismus und Rassismus. Natürlich, sie ist eine schwarze Frau. Und da ist die Presse volle Möhre draufgesprungen. Das war so ein bisschen die amerikanische Version von Özilgate 2018. Irgendein großer Sportler sagt, seid alle Rassisten und die Medien sagen, ja, wir sind alle Rassisten. Tja, Serena Williams hat von sich Reden gemacht auf der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, damit, dass sie beim Fackeltragen kotzen musste. Was man ihr erstmal nicht verdenken kann, nachdem, was wir gerade alles besprochen haben. Es scheint allerdings nicht an den Darbietungen gelegen zu haben, sondern daran, dass sie auf dem Boot seekrank geworden ist, auf dem sie die Fackel transportiert hat. Ja, und die Fernsehkameras haben jetzt nicht das Kotzen selber festgehalten, aber die Momente direkt danach, wo sie quasi wieder aufgerichtet werden musste und komplett kaputt aussieht und außerdem dann noch weinen musste oder auf jeden Fall ein, ja, traurig verzerrtes Gesicht zeigte. Tja, also, das ist da auch noch passiert. Alles in allem war es ein großer Erfolg. Ach so, und übrigens, die Sendung ist zu dreckig. Das wollte ich noch kurz nachreichen, denn wir hatten ja im Land der Woche vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass die Franzosen den Hashtag Ich-Kacke am so und sovielten in die Send zum Trenden gebracht haben als Protestmaßnahme, weil die Send halt aufgeräumt werden sollte, damit darin irgendwelche Wasserspiele gemacht werden können. Und das scheint gewogen zu haben. Also die Sendung ist tatsächlich zu dreckig, um darin Spiele abzuhalten. Hast du bekommen, dass die das Internet gepurcht haben von dieser Eröffnungsveranstaltung? Ich hab die erstmal nirgendwo gefunden. Ich hab dir gerade ein Bild geschickt oder einen Link geschickt. Wenn du das mal einblenden kannst, also musst du leider selber screenshotten in der Zeit, suche ich hier nochmal ganz kurz, aber ich seh schon, also Opening Ceremony Highlights ist auf dem YouTube-Kanal Olympics nicht mehr zu finden. Und ich hab auch schon screenshots gesehen von Euronews oder ähnliches, wo auch deren Stream down ist. Ah ja, ich hab auch keinen Gesamtstream mehr gefunden. Ich hab nur so Schnipsel gesehen. Ja, und auch die Dislikes da, ne? Also ich glaub 20.000 Dislikes hat dieses Nackt-Lied von dieser blauen M***-Gurt da mit den Kindern. Alter, das war nicht mal 24 Stunden online. Du siehst da, wann der Screenshot gemacht wurde, ne? 18 Stunden nachdem dieses Video online ging. Ja. Aber das haben doch alle gefeiert, hat mir doch der Fokus erzählt. Es kam doch übelst gut an. Ja, dachte ich. Ja. Wenn ich das deinen Eltern zeige, was sagen die dazu? Äh, die denken sich wahrscheinlich, ist ne Freakshow, die ist nichts für uns, aber lass sie mal machen. Also die verstehen nicht, dass gefühlt aktuell bei jeder sich gebenden Gelegenheit genau so ne Freakshow abgezogen wird und den Leuten scheinbar ins Hirn geschissen werden soll. Auch wenn das nochmal neue Qualität hatte. Also, ich fand das schon ziemlich bedrückend. Also, das hat ohne Scheiß irgendwie ungute Gefühle mir ausgelöst, mir die Scheiße zu geben. Ja, es ist komplett krank, ja. Auch dieses Marie Antoinette-Ding. Also vor allem auch bei jeder Gelegenheit, alles zu politisieren im Sinne der Regenbogen-Ideologie, ja? Und Toleranz und so und dann, aber ausschließlich so ne Freakshow darzustellen, ja? Es geht mir so krass auf den Sack. Und du musst die Dinge halt auch im Kontext der anderen Dinge immer betrachten. Zum Beispiel dieses Marie Antoinette-Ding, ne? Wenn du das jetzt nur isoliert betrachtest, dann kannst du ganz gute Argumente dafür machen, dass das halt vielleicht ein bisschen makaber war, aber wie gesagt, halt Geschichte feiern sollte. Aber im Kontext von diesem ganzen anderen Kram interpretiere ich das so, dass der Künstler uns dem jetzt sagen wollte, wofür es mal wieder Zeit wären. Ich habe auf Twitter diese Woche gesehen, die Eröffnungsveranstaltungen aus China damals, also kurze Ausschnitte, ne? Da haben, das war 2008, und da haben 2008 Trommler in der Mitte eines Stadions so ne Trommelshow abgezogen. Ich erinnere mich. Am Ende ging dann das Licht aus, und die Sticks, die sie genutzt haben, die waren dann mit so LEDs beleuchtet. Das war, glaube ich, wenn du da warst, vor Ort war das schon sehr, sehr cool. Dann habe ich gesehen Griechenland. Hast du das auch gesehen? Ich glaube, ich habe Bilder gesehen mit diesen Statuen. Ja, genau, genau. Da hast du also Menschen, die so hergerichtet waren, als wären das so Alabasterkörper, haben sich dann so ganz langsam bewegt. Es sah halt aus wie griechische Statuen, wie man sie sich vorstellt, ja? Die sich dann so ganz langsam... Das sah sehr, sehr cool aus. Und jetzt kriegen wir da so ne Freakshow geboten, wo man sich fragt, also, die wollen ja damit offensichtlich auch nicht Frankreich repräsentieren, obwohl sie so tun, als wollten sie das, sondern halt eine Ideologie. Eine den Westen umspannende Ideologie. Absolut. Und es geht mir auf den Sack. Es geht mir auf den Sack, Alter. Ja. Ja, mit dem Pferd ist, also, auch da, die spielen ja die ganze Zeit damit, ne? Wie gesagt, ich finde den Witz ganz gut, dass die immer Trauheimen Promi ärgern wollen, weil das halt auf den Punkt bringt, wie absurd, eigentlich die Annahme sein muss, wer davon ausgeht, dass die damit nicht irgendwas Ernsthaftes meinen. Also, dass sie nicht das erste Mal, dass die mit so komischer Endzeitsymbolik kommen. Ja, das war die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Äh, schöne Sache. Hab direkt ein Like dagelassen. Und, ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hatte heute Abend wieder viel Spaß. Und wir sehen uns, wie immer, nächste Woche Sonntag live um 18 Uhr an derselben Stelle. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.